Das ist wirklich rätselhaft. Es gibt nicht wenige schwarze Löcher, die viel zu schwer sind, um aus normalen Sternen entstanden zu sein. Wie also kommt es zu solchen Massegiganten? Fachleute weltweit versuchen dafür eine Erklärung zu finden und das scheint einem Forschungsteam aus den USA jetzt endlich gelungen zu sein. Und das Spannende ist das Wo und das Wie. Clixoom Science & Fiction, hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Es geht beispielsweise um das Ereignis mit der Bezeichnung GW170729. Hierbei handelt es sich um eine sehr weit entfernte und massereiche Quelle von Gravitationswellen. Vor etwa fünf Milliarden Jahren fand hier eine Verschmelzung statt, bei der fast fünf Sonnenmassen in Gravitationswellen umgewandelt wurden. Aufgespürt werden solche Gravitationswellen von den Detektoren LIGO und Virgo. Mittlerweile konnten seit dem ersten Nachweis von Gravitationswellen schon zehn Verschmelzungen schwarzer Löcher aufgezeichnet werden und zudem sogar auch noch eine Kollision von zwei Neutronensternen. Doch das große Rätsel dreht sich um die Massen der schwarzen Löcher, die an solchen Verschmelzungen beteiligt sind. Denn klar ist, bei dem Ereignis GW170729 war mindestens ein schwarzes Loch mit 50,6 Sonnenmassen beteiligt. Doch wie kommt solch ein extrem massereiches schwarzes Loch zustande? Fachleute wissen, dass solch ein Massegigant niemals aus einem Sternenkollaps hervorgehen könnte. Denn dann hätte der entsprechende Stern schon weit vor dem Erreichen dieser Ausgangsmasse kollabieren müssen. Ein US-Forschungsteam hat sich dieses Rätsel genauer angeschaut und in einer Simulation analysiert. Und so ist es den Fachleuten tatsächlich gelungen, die Entstehung dieser extremen Massegiganten zu erklären. Der neuen Studie zufolge fängt das Umfeld von aktiven Galaxienkernen schwarzer Löcher ein und lässt diese in Serie miteinander verschmelzen. So kommt es zu der außergewöhnlich großen Masse dieser Objekte. Das Autorenteam beschreibt das mögliche Szenario folgendermaßen. Demnach sammelt sich im Umfeld eines aktiven, supermassereichen Schwarzen Lochs im Galaxienkern einiges an. Mit dabei ganze Sterne, eine gigantische Scheibe aus heißem Gas, zerfallende Materie und stellare schwarze Löcher. All das kreist aufgrund der Anziehungskraft in der Nachbarschaft des Massegiganten herum. Warum? Die kleineren schwarzen Löcher befinden sich auf einer sehr engen Bahn und haben keine Chance zu entkommen. Dazu Imre Bartos, der an der Studie beteiligt war. Das ist wie bei einem Hurrikan, um dessen Auge alles kreist, nur dass das Auge in diesem Fall ein Ring um das zentrale, supermassereiche Schwarze Loch ist. Es kommt zu zahlreichen Verschmelzungen, denn in diesem Ring, wie die Fachleute schreiben, treffen sich immer mehr der gefangenen Schwarzen Löcher. Es finden also Kollisionen in Serie statt. Das Ergebnis liegt auf der Hand. Ein außergewöhnlich massereiches Ereignis, wie beispielsweise GW170729, dazu schreibt das Autorenteam in der aktuellen Studie. Solche hierarchischen Verschmelzungen sind in den Migrationsfallen der aktiven Galaxienkerne eher die Regel als die Ausnahme. Sie resultieren aus einer Kette von aufeinanderfolgenden Verschmelzungen. In rund 40 Prozent der beobachteten Fälle wäre dann eines der schwarzen Löcher schwerer als 50 Sonnenmassen. Die US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind überzeugt davon, dass ihre Erklärung für die Entstehung dieser Massegiganten die richtige ist. Ihre Analyse zufolge ist sie fünfmal wahrscheinlicher als andere mögliche Szenarien, die die ungewöhnliche Masse erklären wollen. Gestützt wird ihre Theorie auch durch die Beobachtung, dass extrem schwere schwarze Löcher sehr schnell rotieren. Denn auch das war in ihrer Simulation die Folge dieser Verschmelzungen in Serie. Wie sieht ein schwarzes Loch aus? Anklicken, anschauen und vor allem Breaking Lab abonnieren, super Kanal und er ist kurz vor 100.000 Abos, nur ein paar fehlen noch und der silberne Playbutton ist unterwegs. Also bis dann, bleibt dran!